Wie es einfach die Mutter aufgefressen hat, war es so lustig, war es so geil irgendwie. Ja, vielleicht sind wir gar nicht mehr so schlecht. Ja, zöner, sicher. Die Wälder, die so im Groen sind wir zu sagen, wir sind garst. Let's go Sogar mit 1 sagen? Weißt du, ich tu nur noch ein ganz gutes Pechchen. Na ja, schauen wir mal ob wir die Wette gewinnen. Ich erhöhe. Mit mir darf man nicht wegfahren. Mit mir, meine Bubi. Alles oder nix. Bitch. Let's get a crowd going and find out, eh? We're starting a new game. Move your eyes. This is gonna be my night. Soll ich den habere jetzt jagen oder soll er jetzt einfach nur in den Bereich hingehen? Ja, na sicher, machen wir mal ganz kurz was. Ja, 18. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Seine Talons bite deep into the earth. Every muscle trembling. You realize it isn't afraid. He he he. He he he. He he he. He he he. Der ist ja gar nicht so wie. Der ist ja gar nicht so wie. Weißt du was? Ha. Ist halt ne gute Frage. Kann ich jetzt schauen oder nicht? Ist jetzt ne echt gute Frage. Aber ich glaub wir haben aktuell nichts an Trank. Sonst hätt ich's gern verwendet. Beziehungsweise ich sollte vielleicht Gedanken lesen ist aber auch nicht gleich wieder mit Tieren sprechen. Das ist auch wieder das nächste. Hätt ich jetzt gesagt hab. Hätt ich jetzt gesagt hab. Ah. Oh. Ähm. Ich hab auch doch gehabt so. Wie so ähm. Jetzt ernst auf 300 verloren. Passt. Digi. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haben wir jetzt ernst auf 300. 300. Bist du deppert schon den großen Haar da hinten. Bist du deppert. Aber haben wir jetzt ernst auf 300 verloren für das das wir nix gemacht haben? Glaub ich schon. Ich erlaube nämlich schon. Dwarfs gehen good and crispy. Da wird anscheinend jemand richtig knusprig gebraten. Ja moin. Ich glaub da hinten wird's wichtig. Dementsprechend mach ich da so jetzt mal so ne kleine Runde. Du musst eh wieder aufpassen mit wem ich reg'n wendet. Ja. Ha. 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 Oh, geil. Der war jetzt richtig geil. Trinkst du mit dem Trauchener Stapel, da passt das schon. Schaut das schon wieder viel für Beste aus. Das ist die beste Betäubung bis zum Gehen immer. Du wirst mich auf für ein O-Ray. Kein Weg. Ich bin trinken. Trinken wir mal. Voll fett. Die Hälfte voll fett, Digi. Die Hälfte voll fett. Ja, moin. Es ist alles süßere und es ist frei, nicht wahr? Natürlich, süßes Piss ist immer Piss. Interessanter Fakt. Interessanter Fakt. Ja. Sehr, sehr interessanter Fakt. Süße Pisse ist trotzdem noch immer Pisse. Passt. Ciao, ciao. Bis gleich. Ah, da darf ich wieder nicht plündern. Scheiße. Könnte mich ja wieder mal irgendeiner entdecken. Super, Alter. Warte kurz. Da hat sich aber auch wirklich jeder versammelt von den Leuten. Alter, jetzt hier ist er gerade. Ich hab eigentlich nicht einmal begonnen, aber okay. Das ist der Spirit. Jetzt zeig mir die Koffe. Ja, machen wir mal kurz und 30er. Hätt ich gesagt gehabt. Machen wir mal kurz und 30er. Hätt ich gesagt gehabt. Wir haben eh gespeichert. Ich bin jetzt gerade nur ein bisschen verwirrt, aber passt schon. Aber ist das richtig gemacht? Ja, ich hätte mein Gehirr von Anfang an mehr machen müssen, oder? Ja, dann weiß ich wenigstens, was ich zu tun hab. Dann hol ich mir wieder meine 300, Alter. Bist deppert, da bin ich schon ein bissel 10 gierig. Meine 300 kriegst du nicht so schnell. Ja moin! Ja, mach doch. Ich hab das alles tot schlagen, oder irgendwas. Sag ich mir nicht hab. Mach doch, mach doch. Was haben wir jetzt ficken? Uppala. Ja, war ja was. Aber vorher ist mir das nicht angezeigt worden. Komischerweise. Find ich interessant. Find ich interessant. Vorher ist mir das mit den Zügen und alles drum und dran nicht so wirklich. gezeigt worden, aber finde ich cool, finde ich irgendwie leihend, dass man auf jeden Fall irgendwie so etwas loslegen, losgehen kann. Ja, machen wir dann trotzdem einen 30er, wer weiß, ich will ja nicht schon wieder halber tot schlagen, gefühlt, aber gehen wir mal um. Rennen die alle, ach so, weil sie das alles sehen wollen, oder wie? Wenn wir jetzt vielleicht so richtig in die Hose gehen, danke. Noch beschissener kann es ja nicht mehr laufen, oder? So. Kann ich vielleicht irgendwas machen? Einfangen oder so, wäre super. Haben wir schon gewonnen, oder? Ja, da steht noch immer ein paar Züge. Okay, ja, da müssen wir es halt angreifen, in dem Fall. Ja, muss ich, sorry Digi. Sorry Digi, man muss aber was machen. Kann ich den auch quasi so eine Art betreiben oder so, das wäre super. Stein muss jetzt Neid unbedingt sein, was könnte man denn da machen vielleicht am besten. Nein, das ist nicht mehr so eine Art betreiben oder 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 so eine Art betreiben. Interessant. Wieso sollte ich einen Drang trinken, der was mich zum Einschlafen bringt? Weißt du, was ich meine? Was würde mich jetzt aber interessieren? Okay, greift mich an. Passt. Er hat es verdient. Er hat mich angegriffen. Er war als erstes. Beschlag, das, das, das. Oh, das ist anscheinend schon wieder gestorben. Ich sage mal, der ist das. Ich schaff' mir vor. Ich mache auch vor. Ne, ich sollte glaube ich nicht vorbeikommen. Weißt Du was, wir scheiß' doch lieber aufs Game. Ist glaube ich besser. Brauche ich Dir irgendetwas so was wie Beträubung oder so? Ich bin nur auf Angriff. ich bin uhr auf Angriff. Ich bin glaube ich die falsche Adresse. Ich bin glaube ich definitiv die falsche Adresse. Aber das mit den Gedanken lesen und alles drum und dran ist glaube ich sogar relativ gut für uns. Das glaube ich wäre nicht schlecht, wenn wir das einsetzen werden. Wäre schon super. Das ist schon bald wieder Mitternacht. Das ist auch wahnsinnig. Das geht so schnell. Das ist auch wirklich eine wahnsinnige Woche und das ist schon für mich eigentlich quasi wieder vorbei. Morgen kann ich wieder arbeiten gehen. Morgen am Abend richtig sexy, urschö. Was wird das? Entweder hat der jetzt gerade irgendeinen richtigen heftigen Scheißkloss oder ich weiß es nicht. Bist der Eppert. Haha, aber. Nicht schlecht. Da hat einer sich noch durchgehabt. Uh, ich habe noch eine Feuerwerksraketten daheim. Die müssen ausgenutzt werden. Hallo, Krossa. Gut zu wissen. Wir gehen trotzdem rein. Haha, wir gehen trotzdem rein. Egal ob üle oder nicht. Aber interessante Höhle. Oh, ich habe noch keine Party in hier. Scheiße, gröner. Oh, lass uns. Scheiße, gröner. Ich bin gespannt. Auch noch die Musik und alles. Oh, sexy. Oh, ich bin gespannt. Ich bin ja nicht so wirklich erfreut, dass ich da bin. Hahaha, da draußen waren ein paar bis offene. Tut mir leid. Aber halt, ich muss nur mit soffern, kleinen Stamper. Kleinen Stamper geht, oder? Kleinen Stamper geht immer. Ich mache das einmal zu und tue mir alle mehr machen. Hahaha, alle abschlachten, Brüdi. Alle abschlachten. Die Tür ist eh zu. Die kriegen eh nichts mit. Oh, ist aber ein geiles Fleckerl. Oh. Oh. Schon echt geiles Fleckerl. Wie Step hat er immer neugetagt. Schön, wirklich schön. Hör auf zu stöhnen. Wie bitte was? Hahaha. Das mal der Göttin. Ah, so kriegen sie die Scheiße also. Interessant. Das ist den nächsten Überfall. Sehr gut. Sehr, sehr motiviert. Ist sie überhaupt sicher genug? Du bist eine Priestess. Eine der Liedern, die keine Angst haben. Lass uns sie schreien. Was ist das? Sag deinen Freund, dass du ruhig wohnst. Oder sie werden die gute Augen. Hahaha. Dann ist er sein gutes Auge los. Hahaha. Geil. Ready for the fire, are ya? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody will mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. You ready? Brace yourself. This will sting. Why not? We'll ausprobieren. Let's go. Hold still. As pain models, your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too. Auch einen Parasiten. Darkness seems to swallow the temple. Leaving you with a vision of the goblin priestess. Receiving instruction from a handsome young man. One of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Was haben wir denn da? Nicht das erfahren. Hallo. Ja. Ja. Würde ich auch mal sagen. Aber erstmal kurz handeln. Bitte danke. Was haben wir da? Oh. Sylvanischer Stein. Öder verklein. Ja. Ja. Definitiv. Da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Safe. Nehme ich gleich mit. Nehme ich gleich mit. Öl der Verkleinung. Weil dann kann ich wenigstens bei dem einen oder anderen Bereich reinkriechen. Das wäre super. Ja. Nehmen wir alles mit. Ja. Super. Angebot gleich mal ausgleichen. Und. Weiter. Sicher. Sicher. Ich habe so das Gefühl, dass wir wieder würfeln müssen und der verkackt mal wieder komplett. Der verkackt safe mal wieder komplett. 100%. A tide of shuddering ecstasy. Vertrauen hat beim Würfeln. In hammerer Vertrauen hat beim Würfeln. Na. Sicher. Sicher. Ich fühle dich da drin. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls got to look out for one another. Ja. Ja. Erzähle mir. Bin gespannt. You've come to the right place. With the absolute will I can fit in you. Let's deal with this in my chapel. It's private. Someone needs to interfere with true soul business. Ha. Jetzt bin ich aber echt gespannt, ob sie uns helfen kann. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt irgendwie nicht. Aber wir werden es eh sehen. Ich bin gespannt. Oh. Da werde ich aber trotzdem ganz kurz vorbeischauen. Siehe. Was kriegst du? Was kriegst du? Soll ich jetzt kein Disrespect sein, aber ich glaube ich habe viel lustig aus. Kann ich dir gar nichts sagen. Wir werden aber dann bald das Spiel wechseln. Aber meistens haben wir eine Disgression. Keine Entfügtung. Keine Entfügtung. Keine Entfügtung. Keine Entfügtung. Keine Entfügtung und Schäden. Das ist ein Problem für dich. Ein bisschen kalt. Das war sie noch nicht. Das war sie noch nicht. Ich überlege, ich muss leider quasi die Missionen von Nio ein paar wiederholen. Weil im Stream und in der Aufnahme hat man Tonprobleme mitkriegt. Und dementsprechend muss ich die Missionen wiederholen. Auch das mit der Schneewelt und alles drum und dran. Das scheißt jetzt gerade ein bisschen rein, finde ich meiner Meinung nach. Weil da habe ich so ein paar Tonprobleme gehabt. Dementsprechend musste ich da jetzt wieder so ein bisschen wieder mehrere Missionen wiederholen. Das geht mir ehrlich gesagt dezent ein bisschen gerade so richtig fett am Arsch. Ja, da war halt einfach der Sound einfach kacke. Hat man aber auch, glaube ich, im Stream mitgekriegt. Weil ich habe im Stream quasi die Wiederholung gesehen gehabt. Und der Sound war komplett für den Arsch. Da kommt gleich ab der ersten Stunde so einer Stunde, einer Stunde, 30 irgendwas. Und ab da hat man den Sound mitgekriegt, dass der irgendwie was gehabt hat. Ich habe zwar wieder mal geschaut gehabt im Internet für eine halbe Stunde, Stunde. Wie ich das vermeiden kann, aber ich habe bis jetzt leider nichts gefunden. Vielleicht kann man irgendwann einmal vielleicht was dagegen machen, aber ich habe bis jetzt leider nichts gefunden. Na, das ist das Problem. Ich habe leider nur eine Tonspur bei OBS. Ich weiß nicht wieso, aber manche schaffen es, dass es mehrere Tonspuren gibt. Ich schaffe es nicht, komischerweise. Es kommt bei mir nur eine Tonspur raus. Dementsprechend hätte ich gesagt gehabt, ich hätte es auch so machen können, dass ich Musik und nur meine Stimme habe. Weil beim anderen Aufnahmeprogramm, was ich früher verwendet habe, also die Elgato, da habe ich es immer richtig geil gehabt. Da habe ich die Stimme und den Sound vom Spiel gehabt. Und jetzt ist halt alles in einem. Und dementsprechend ist es richtig kacke. Weil dann hätte ich das quasi nicht machen können. Dann hätte ich das wenigstens so verwenden können, dass man das und das halt gehabt hätte. Hätte ich quasi irgendwas machen können oder vielleicht sogar irgendwie an dem vielleicht sogar ein bisschen werkeln können. An der Tonspur oder sonst was. Aber so ist es jetzt richtig scheiße und das ist jetzt... Ja, das demotiviert einfach. Wenn ich halt das immer wieder so ein bisschen habe. Es kommt zwar eh selten vor, aber wenn es mal vorkommt, dann ist es halt einfach scheiße. Es ist halt ein richtig scheiß Gefühl. Wenn du halt einfach dastehst und bist so richtig motiviert. Du hast dich wirklich so reinhängen und dann kommt der Scheißdreck. Und du findest halt einfach keine Lösung für den Scheiß im Internet. Das regt mich einfach so auf. Ich habe schon so dermaßen oft im Internet geschaut gehabt, wie ich die Scheiße vermeiden kann. Was mir so ein bisschen halt aufgefallen ist. Aber das müsste auch ein Zufall sein, wenn ich halt einfach den PC nicht update. Das kann glaube ich aber auch nur ein Zufall sein, meiner Meinung nach. Finde ich jetzt persönlich. Das kann jetzt nur ein Zufall sein. Dementsprechend will ich es jetzt nicht auf den PC schieben. Na, das ist richtig kacke. Das ist richtige Demotivation. Richtige Demotivation. Das ist jetzt, ich muss jetzt mindestens fünf Missionen von Nioh neu machen. Das kotzt mich einfach an. Das kotzt mich richtig an. Allein schon der geile Kampf mit der Ice Lady muss ich zum Beispiel neu machen. Und viele weitere Sachen. Ich kann zwar natürlich das quasi reinhauen, aber es hört sich richtig kacke an. Es hört sich richtig scheiß an. Du kannst eigentlich da eh auch die Wiederholung reinziehen. Vom Stream. Dann hörst du es eh. Es hört sich richtig scheiß an. Ich habe auch schon in der Crew und in Final Fantasy 16 schon nochmal ein paar ranzige Aufnahmen gehabt. in der Hinsicht. Nur, ja, kommt es halt leider ab und zu dann wieder öfters vor und dann wieder seltener. Es ist einfach nur schade. Du bemüßt dich so sehr und dann kommt so ein Scheiß nicht dabei raus. Einfach mal ein Hörspiel, oder was? Ach du Kacke. Au, da haben wir wieder auch richtig, richtig gute Sachen gekriegt. Bist du dabei. Zeig einmal her. Zeig einmal her. Da haben wir richtig gute Ausrüstung gekriegt. Uff. Einfach nur uff. Das kannst du eh nicht verwenden. Dafür bist du ein bisschen zu schwach. Ach so, weil ich jetzt nicht mit ihr verhandelt habe, oder was? Ach so. Ich bin einfach nur rausgegangen. Ich habe es nicht einmal gekauft. Ich bin viel Trottl, okay? Ich habe es nicht mehr. Ich brauche etwas. Ja. Ich gehe viel Trottl. Sag ja. Sag ja, richtiger viel Trottl. Ich werde da wieder ein bisschen zu feuerlich. Ein bisschen ist gut gesagt. Fix. Das haben wir gesagt gehabt, das nehmen wir. Das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, das habe ich vorher nicht einmal mitgenommen. Oder auch geschaut. Passt, passt, passt. Das lasse ich auch so stehen. Was ist das nochmal? Ja, wenn wir das Geld haben, nehme ich es mit. Bis zu ein paar Tausenden. Das ist eher die Frage, ob ich es mir leisten kann. Angebot ausgleichen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr hergeben als wie nur das. Ich kann leider nicht mehr hergeben. Ich kann leider nicht mehr hergeben. Ja, hör es doch mal an. Ob man es trotzdem vielleicht machen könnte oder nicht. Achso. Die drei Fragezeichen. Dega. Auch nicht schlecht. Ja, also die ein oder andere Schriftrolle. Schriftrolle der Wiederbelebung. Ist das sowas vielleicht? Ja, kann ich doch gerne geben. Also dann. Öl der Verkleinerung hebe ich auf. Das, das, das. Windstoß. Hebe ich sie jetzt aber trotzdem auf. Vor schlechter Zeit. Man kann nicht wissen. Öl der Präzision lasse ich auch so stehen. Klar, da erreiche Sprungs. Das mit dem Trank der Schlaf ist das. Schiebe deinen Arsch. Kannst du sofort nehmen. Das, das, das. Lasse ich auch so stehen. Oh, die Münze ist aber viel wert. Münze ist aber echt viel wert. Und mir ist es aber auch ein bisschen wert, dass ich das kriege. Ah, du bist so lange ein Rast. Das ist, ah. Für Hardcore ist es vielleicht nicht schlecht. Feuer Resistenz. Hift Resistenz. Hügel. Riesen Stärke. Also, ja, Gegengift kannst du nehmen. Ähm. Das ist, das kommt einfach. Einfach mittendrin im Stream, in der Aufnahme. Hört sich richtig scheiße an. Hört sich richtig, richtig scheiße an. Das kommt einfach von jetzt auf gleich. Ohne, dass ich irgendwie was gemacht habe. Das ist, da kann ich halt einfach nichts dagegen machen. Das kommt einfach von jetzt auf gleich. Da kommt das. Das ist richtig scheiße. Was kann ich den Havarer noch geben? Boah. Haben wir da irgendein Blödsinn? Was du nicht gebrauchen könntest? Mit.